So, Kamera läuft, Ton an und Action! Danke Regie, vielen Dank. So, hier ist Oliver3991, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Und wir werden jetzt mal versuchen, vielleicht einen Luftattentat auf dem Tier zu machen. Wobei ich herausfinde, wie das geht. Wartet mal, ich versuche mal einen Köder auszuwerfen, vielleicht kommt es dann, hey, wer weiß. So. Klappt das? Na, guck mal, ist das lecker Futter? Lecker Futter ist hier. Ja? Oh, dir lecker Futter. Oh, das Tier. Jawoy. Habt ihr gesehen, wie stylisch ich das für getötet habe? So, und überspringen wir hier. Ich habe sowas keine Zeit. Okay. Komm, wenn ich dich jetzt kriegen würde, würde ich dich kriegen, aber ich kriege dich gerade nicht. Eie, meni, so. Ich versuche nochmal einen Luftattentat, das wäre schon eine Knorke. Aber ich glaube, das war kein drittes Tier, ne? Ich habe da nicht so genau aufgepasst. Wie ich das Vieh schon mal gefangen habe. Geh, geh da schon wieder nicht hoch. Das ist wie gerade eben. Ha. Also wie im letzten Part. Da ist auch nicht auf diesem Stamm wieder. Hä? Sag mal. Wollt ihr mich verarschen, ist das Squid-Entwickler? Ja, okay, jetzt geht's. Alle klar. Da unten ist ein Hinweis. Ha. Gucken mal. Ja gut, ich sehe jetzt nicht großartig Tiere. Da hinten sehe ich Tiere. Da sind noch ein paar Tiere. Ich muss jetzt auch nicht sonderlich stylisch vorgehen. Wo ich natürlich noch gerne eine neue Spezies fangen würde. Der Knorke. So ein Rind oder sowas. Irgendwo Rind? Quatsch. Wildschwein haben wir zum Beispiel vorhin schon nie gesehen. So was würde ich gerne noch fangen. Mensch, hier sind ja jede Menge Tiere, wenn man sich mal so umguckt. Ah, sind alles bloß Hirsche. So, vielleicht kommt was angelaufen. Dann machen wir das zumindest noch mit dem Luftattentat. Wenn das rein zufällig noch ein anderes Tier ist, dann wäre das Knorke. Muss auch nicht sein. Da kommt ein Hirsch angelaufen. Von daher klär ich ihn. Alter, drei ja gleich. Jetzt geht mal durch. Alter, jetzt würde ich gerne das Wildschwein kriegen. Nee, das ist ein Fuchs. Verdammt. Das war nur ein Fuchs. Na egal. Nicht so schlimm. Und wartet mal ganz kurz. So Leute, entschuldigung, die kurze Unterbrechung. Ich glaube, ich muss jetzt gleich ein Aufnahmepäuschen machen. Oh, aber vorher geben wir die Mission noch ab, damit es noch mal speichern kann. So, ist er zum Glück nicht so weit weg. Wo der will einkaufen gehen mit mir, wisst ihr? So, gucken wir, ob wir alles zusammengekriegt haben. Und ob der irgendwas gefangen hat, der Dicke. Mist. Mist. Ach du Scheiße, ein Bär. Ach du Scheiße. Du Scheiße. Was muss ich jetzt tun? Einfach flüchten, oder? Ach du Heilig Splashler. Okay. Da war ein Bär. Ich hab da gesagt, ihr sollt auf die Bären aufpassen. Hab ich schon vorhin gesagt. Kinder, spielt nicht so weit mit die Bären. Macht euch nicht um Wölfe Gedanken, die so groß sind wie Bären. Sondern um Bären, die so groß sind wie Bären. So. Na gut. Wollen wir echt drauf aufpassen, dass man diese Quicktime, die sie wenn nicht versaut ist, ey. Hohoho. Heftig. Komm, wir haben ja eine jetzt an den Namen, das geht. Oh, nein. Schleimer. Schleimer, ey. So ein elender Schleimer. Gut. Mission beendet. Wir haben immerhin zwei von drei optionalen Sachen gemacht. Das ist doch gut. Ja gut. Und das alle Vorgaben, das ist eh für den Arsch, ne? Aber guck mal. Wir haben Sequenz 4 auch schon fast durchgespielt, wenn man mal so guckt. Na schön. Aber ich muss jetzt ein ganz kurzes Aufnahmepäuschen machen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Let's Play. Also, nee. Wir sehen uns weiter in diesem Part dann. Ich mach bloß kurze Aufnahmepause. Also, bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, wir sind immer noch im, weiß ich nicht, welcher Part, 23. Part oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und ich warte, dass mein Monitor umschaltet. Na komm, Monitor. Wunderbar. So. Wir haben hier aufgehört. Und können jetzt hier direkt weitermachen in diesem Part. Ich muss auch nicht viel sagen, weil für euch ist ja keine Zeit vergangen. Für mich sind nur ein paar Stunden. So. Da vorne ist irgendwas gelaufen. Hab ein Tier gesehen. Egal. Ich hab eh keine Waffen bei, oder? Tatsächlich, ich hab keine Waffen. Was? Ach, Waffen und Geräte. Federn dazugekommen sind zu den Sammelbaren. Ansonsten. Oh, guck mal. Wir haben Jagdrevier. Ach, guck mal. Jetzt haben wir... Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja riesig. Warte mal. Alter. Das ist ja riesig. Das Grenzland. Das ist ja wirklich riesig. Heftig. Heftig. Da wollen mich die Entwickler ärgern, ey. Was ist denn da so? Karte. Ach so, das haben wir schon. Logbuch. Sammelbares. Die Eimer noch. Und die Federnseiten immer noch. Okay. So eine Menge Federn, ey. Und Inventar. Was ist denn in... Ach so. Ach, das finden wir auf der Karte. Das Inventar. Natürlich. Da hätte ich drauf kommen können, Mann. Da hätte ich doch drauf kommen können. Dass das Inventar auf der Karte zu finden ist. Mensch. Gut. Äh. Machen wir weiter. Ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Dann können wir uns noch die letzte Mission von Sequenz 4 ansehen. Die hoffentlich nicht so lang ist, oder? Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? In unserem Pirat... Piraten-Kaff, genau. Quatsch. Natürlich in unserem Indianerdörfchen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier frei rumlaufen dürfen. Und deswegen kann man sich ja mal hier leicht umsehen, ne? Jooy. Taschendiebstahl, ne? Ne, Taschendiebstahl. Um B halten, um Taschendiebstahl auszufüllen. Geht nicht. Ich gehe jetzt nur bei bestimmten Personen. Oder das wurde mir jetzt einfach mal random angezeigt. Die sind schon wieder am Rumsingen hier. Hund, komm her. Ich will noch mal mit dir interagieren. Oh, du bist ja süßer, ne? Jo, ganz brav. Gibt's einen Grund, hier rumzusingen eigentlich? Ne, okay. Was haben die hier eigentlich angehangen? Irgendwelche Kräuser oder sowas? Na egal. Gut, ich denke mal, so viel zu entdecken gibt's jetzt hier tatsächlich nicht. Oder vielleicht noch nicht. Man weiß es ja nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wo ist die Mission? Wo ist denn die? Da vorne ist er. Da, steht er. Seht ihr? Das ist der Typ mit der Mission. Oder eine Frau. Oder... Keine Ahnung. Guck mal. Das wäre cool, wenn das jetzt unsere Mutter wäre, die plötzlich überlebt hätte. Aber ich glaube es beide nicht, oder? Doch. Nee, das glaube ich nicht. Dass das unsere Mutter ist, meine ich. Ähm, ja, was ist jetzt? Mission? Was ist die Mission? Gute Frage, warum zieht er nicht in den Krieg? Sag an. Weil Krieg nur totbringt und verderben? Auf heiligem Boden. Okay. Das musst du mir erklären. Ja. Oh, Schatten sind kallschön. Ja, jetzt sag halt einfach an. Gude Frage. Erste Frage. WTF? Ist das so ne Art transparenter Eden-Schlitter? Oh, ne Horda-Tiger. Tatsächlich. Geil, hoher. Wanne? Alter, ein transparenter Eden-Schlitter. Wo kriegen die sowas nur her? WTF? Willkommen, Bade. Bist du... ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst. Wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gelegt wird. Welcher Pfad? Welcher Pfad? Alter, was ist denn jetzt hier für krasse Story? Ey, die Riter haben sich ja endlich mal was ausgedacht. Du Scheiße. Kollision in der Luft vermeiden. Was? Wollen wir wegen hier? Hä? Was? Was? W-wat, wat? Hä? Habe ich hier aktiv Kontrolle über das Vieh? Oder? Ne. Was hast du mit mir gemacht? Meine Form gelegt, die deiner Kultur entspricht. Doch, ich kann aktiv fliegen. Sehr leicht verwendest du Navigation. Also, so ein bisschen. Alter, wie steuere ich das Vieh? Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gedacht. Also, so ein bisschen habe ich die Kontrolle. Du, wenn du mir das letzte Stück bringst, ob das hätte ich nicht mehr sehen. Alter, das meiste ist gescriptet hier, aber es ist trotzdem Scheißsteuerung. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du nie wissen willst. Au. Templer. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Du Scheiße. Wird mich doch verarschen. Verdammt. Okay, ich darf noch einmal. Alter, ist das geil. Du bist aus deinem besonderen Steinbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt verändern, die sie verändern werden. Alter, ist das geil. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor den Schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vortratiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Was geht hier ab? Alter, was haben die Entwickler geraucht? Das ist so geil. Die haben wohl wohl auch eine Friedensfeifel, nur während sie, dass sie Frieden haben. Ist das geil, aber trotzdem cool. Was soll ich also tun? Was verkehrst du von einem Mann, der dich bald auswählen wird? Suche dieses Symbol. Das ist das Hassin-Symbol. Zweifel, wirst du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Verdammt. Ich habe die Steuerung verkackt. Was jetzt? Habe ich die Mission verkackt? Oh nee. Oh nee. Oder? War die Mission jetzt zu Ende und ich habe es einfach nur so nicht verkackt. Keine Ahnung. Ich kann die Sonne in der Luft vermeiden. Na gut. Keine Ahnung, wir gucken mal. Hä, Desmond? Werde ich jetzt aus der Hände umgeschmissen? Was los hier? Alter, was haben die Entwickler nur geraucht? Alter, ist das krass. Stört mich nicht mal der Grafik-Bug da unten links. Stört mich nicht mal der Grafik, denn ich habe die Härewalker grabbed Kanoe Kanoe. Kanoe Nesatka. 2 Tiga,SLWire Nitsstoon, Adun est subgen a tun, la gedana Kanoe Nitsarka a agen na tun hasse hene o zli afkandar. Hmmmmmmmmmmmmmm hisine at bahandde de Hinoa Gariwe es si Waka der yaan dere I immediately know a rha a jici za de le bohrrige nė dosa Asariwoyye na Damit er auf berührt ist, dass sie es im Kopf des Huntslos unterbaut sind. Die Leute sein nicht mehr, da sind die nur ein Geheimnis. In das gibt es hier einen Bericht, damit er sein muss. Die Leute wissen, dass sie so lange nicht mehr vertreten sind. Das ist der offene Osten. Das ist der offene Osten. Aha, also offene Osten. Ich würde mal sagen, damit beginnt eine lange Reise. Geh in Frieden, aber geh. Schön, schön. Änderungssequenz 4 beendet. Zum Helden wird man geboren. Super! Okay, Ladezone. Keine Ladezone. Genau. Okay. Gute Frage. Und genau an dieser Stelle machen wir einen Cut. Bis zum nächsten Part. Tschüss! 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 Tschüss!